Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Baldur's Gate. Wir haben es ja jetzt bis zu dieser Wirtschaft hier geschafft. Und ich glaube, hier gibt es einiges noch zu entdecken und auch zu bereden. Und eine Long Rest, glaube ich, wäre auch nicht schlecht. Denn Short Rest haben wir keine mehr. Und wir sollten mal quatschen. Machen wir das doch mal kurz. Oh mein Gott, Soldat. Das ist Jahira. Die Jahira. Hm. Äh. 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 Da ist jemand happy. Äh. 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 Okay, wir tun das mal Verscherbeln hier Ähm, okay Also ich bin ein bisschen Wieso haben wir das ganze Zeug Da hier Okay, wir tun nochmal Tauschen, wir brauchen ja nicht so viel Fackeln So, das reicht Erstmal Äh, hast du Tränke Uh, glühender Stab Gewährte Assistenz gegen Feuerschaden Schild der Hingabe Okay Zwei bis auf Maximum 20 erhöht Alles klar Flammete Rache Bei einem vollreichen Rettungswurf Gegen den Zauber Das Gegensbewegst du Vier bis sieben Uh Mittler Rissen Exotisch Man erfügt einem Rüstungshaus In der kompletten Geschicklichkeits Mutifier hinzu Außerdem bewegt die Rüstung Keine Nacht Und beheimlich Alles klar Leichte Rüstung Warte mal, was war das Das ist einfach nur Kleidung Ah, das wäre vielleicht für unseren Main Charakter gar nicht so schlecht Und, äh, und Tränke Einmal rüber Ausgleichen Tauschen Okay So, die ganzen Ringe können wir auch noch weg machen Was ist das hier? Holzschild Weg damit Brauchen wir auch nicht So, ausgleichen Tauschen Gut Also Mich interessiert Das da hier Mh Ach du heilige 2000 Ich muss ein bisschen Ramsch verkaufen dafür Ähm Ich will aber glaube ich nicht so viel Geld ausgeben dafür Mehr hab ich nicht Ach du heilige 2000 Ah, weißt du was Ja, das machen wir nicht Holy shit Einmal tauschen Sonst irgendwas interessantes Zweihänderangst Dolch Mh Affenverzauberung Plus 2 1 bis 7 Was ist das hier? Umhang Rüstungsgasse plus 1 Rettungswurf plus 1 Lief ungewöhnlich Fernkampf Wie schauen wir denn da aus? Hm Ja gut Lassen wir mal Also dann können wir jetzt mal überall die Fackel ausrüsten Wo sind denn die eigentlich? Achtung Da Geht's bitte nicht Ich geb's dir trotzdem mal Okay Dann Weiter Hey, oh Das ist ja deine Schmied Teufelsherz Ja genau Oh Entschuldige mich. Du hast ein bisschen der Hölle zurückgebracht. Infernal-Engine? Wer braucht ein Herz, wenn du eine dieser, um dich warm zu halten? Danke, Zariel. Lass dich warm. Du wirst auf. Vielleicht wirst du ein Piston-Wring. Oder Leakung-Oil. Mind, wenn ich ein Hör? Bitte, bitte. Ich habe mich zu finden, einen Infernal-Mechaniker. Machen wir das eigentlich zum Arzt? Ähm... Ja, komm. Das war das erste Mal, dass wir unseren Begleitern mal wirklich helfen können. Bitte, lass das funktionieren. Hm... Das Wachstum... Und das Blase des Chaos... Ich kann mir das nicht vorstellen, wo mein Herz wäre. Das muss ziemlich die Erfahrung sein. Gib mir nur einen Moment. Und ich denke... Da. Du musst es installieren, ich glaube. Ich glaube nicht, dass es so großartig sind, in all den Räumen zu retten. Das kann es nicht. Das fühlt sich... gut. Ich bin noch immer heißer als hell. Aber ich fühle mich... weniger... ...machbarbar. Cheers, Mann. Ich bin noch nicht... Und als für den Verhäten... ... ich habe keine neue Lösung jetzt. Aber ich bin nicht gering. Ich könnte es, wenn die Kompassion-Schamber hatte... ...its-Ohn-Inselation... ...oder wir haben eine Art von Schamber-Enchattern... ...oder wir haben... Okay, also man kann da noch weiter verbessern, aber zumindest sind wir mal ein bisschen geholfen. Na, was sagst du dazu? Ja, dann immer schön nutzen und die bösen Jungs bekloppen. Oder manchmal auch die guten. Äh. Ja. Äh. Ja, äh, essen ist eine gute Idee, inklusive Rast. Wir sollten jetzt mal wirklich reingehen. Aber ist hier rein, ne? Ja. Ja. Was steht da? Und wenn wir das nicht machen? Dann passiert gar nichts. Ja, okay. Wir quatschen mal. Ja. Ja. Bam-Boy-Alarm. Hm, soll ich das? Ja. Ja. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. Is an heir about you? Something alien? William, answer me true, and do not lie. The parasite is changing you. Isn't it? Schwierig. Also, es gibt mir Kräfte, die ich noch nie hatte, verbessert mich. Ich will mich verändern und für sich gewinnen, aber ich würde stets einen Versuchung. Äh. Ja. Äh, 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 äh. Cool bleiben. Look around you. Good men, good women. Stranded here. Two feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Natürlich kannst du mir vertrauen. Äh. Ja. Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly. And with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village. Only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. General Ketherick Thorn. Oh. Oh. That name. He's the leader of the Absolutists. He was a Shaaran once. Took to building an army of dark just this years beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed. Dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorn live again. It seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here. Commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself. Only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless. But experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Naja, also wir haben eine wandelnde Bombe bei uns, aber ich bin doch mal ja eigentlich für den eigentlichen Arm. Für den General wird's doch nicht sein. Ich dachte, da wäre noch eins da drüber. Ja, was habt ihr eigentlich im Sinne? Protected by your Artifact. You can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him off his advantage. Once Getheric is without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this flight. Das klingt einfach, wird's aber garantiert nicht sein. Hmm. Ah, das müssen wir irgendwie schlau angehen. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Getheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. You're not our only secret weapon. Isabel. A faithful cleric of Seluna. And a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I send you. And she'll see you through the shadows safely. Also, lassen wir da jetzt gerade direkt hingehen? Ich weiß ja nicht. Ähm. Ich glaube, ich wäre mal, wenn ich eine kleine Long Rest. Uh. Interessante Schachbrett. Landsbrett. Alles klar. Gut. Wir können aber so oder so mal nach oben gehen. Oh, das sieht eigentlich nett aus hier. So. Ich würde sagen... Oh, geil. Da hat sogar eine Bar draußen. Ist ja cool. Aber leider keine Tränke, die einfach immer so rumliegen. Okay. Liebe Leute, wir machen mal eine Long Rest. So. Äh. Lange Rast. Blablabla. Ja. Yes. Bitte. Ja, wir sind mir noch halbnackt. Oh. Jetzt gibt es so quatschen. Vor ein paar Minuten ging es dir doch super. Ich glaube, das Gespräch sollte eigentlich nicht in der Stadt sind. Ich glaube, das Gespräch sollte eigentlich nicht in der Stadt sind. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen falsch. Ach. Und mit dem müssen wir auch wieder quatschen. This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect praying ground for a devil who offers a way out for those who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. I think he'll stay the perfect gentleman, as long as we read the fine print. When I was taken to his house, I was caught off guard. But now, now I know what to ask for. You will help me find him, won't you? That's quite the achievement. But trust me, I know what I'm doing. I'm sure he'll turn up at one point or another. Gut. Mag ich das Spiegel? Better not be cursed. Ach so, das wäre IC. Ja, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Ich überlege, ob wir nicht mal die Gruppe austauschen. Und zwar... Nee, Schattenherz, du bleibst hier. Also, du bleibst dabei, so. Hey, Herrsin, willst du eigentlich nicht mal mitkommen? The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But, with the Oakfather's blessing, we may soon see it banished from these lands. Hmm, 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 hmm. This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations. But since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But, if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. I can't be exact, unfortunately. Time and the Shadow curse won't have been kind to any traces that would have been left behind. A living witness is unlikely, I'll admit. But perhaps there'll be an unliving witness, or some lingering echo of what we seek. Don't worry. If you find something, you will know it. Alles klar. Gut, er kann halt nach wie vor nicht mit. Ähm, ich würde gern mal... Ich würde gern mal... sie austauschen. Wo bist du? Ach, da. Gönnach. Ja, ähm... Bleib du doch erstmal für den Moment da... Warte, die brauche auf mich. Ja, ich hab noch einen... anderen Haut drauf. Alter, die ist so aggressiv. So. Meister. Just so you know, I don't judge you for what happened to that bard, Elphira. But the look of guilt on your face was priceless. Pfff. Äh, äh. Äh, äh. Äh. I don't care really. But you could have been more subtle about it. Ja, was du dir sagst. Gut. Äh. Du, 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 Schöne. Ja. Ah, jetzt müssen wir ihm natürlich den Aufstieg noch machen. Das machen wir mal schnell. Gut. Warte mal, was wäre das? Achso, Zauber ersetzen. Was hätten wir denn zur Auswahl? Automatische Kugel, Schlafen. Gelächter versuchen wir zu zaubern. Warte mal, wenn wir jetzt Gelächter haben, was kann man dann reintun? Nebelwolke, Sprung verbessern, lange Schritte, Donnerwoge. Strahl der Übelkeit. Bisschen verbündet gegen die Angriffe und Kräfte von Appertion. Okay, magische Geschosse. Das klingt geil. Ah, ne. Glücklich. Können wir bei dir ein bisschen geilere Aushemden hast. Du hast auch noch Raum. Was können wir denn dir noch so geben? Ritualdol. Vier bis sieben. Okay. Sonst noch irgendwas Spannendes? Ach ja, warte mal. Das ist eine Fockel, kriegst du von mir. What the time being. Irgendwelche Amalette oder sonstiges Zeugs. Also, ja, das hat er hier schon. Was haben wir hier? Mittlere Rüstung. Das ist leichte Rüstung. Ganz zu mittel. Ah, ist ungeübt. Okay. Das geht auch nicht. Hier auch keine Goodies. Hier auch keine Goodies. Ah, nehmen wir mal solche Goodies. Personen festhalten. Jetzt mal ein bisschen Zauber von mir. Teilen. Gut, das passt. Dann. Ne, den wollte ich gar nicht. Das mit dem Druiden-Klassenwechsel, das überlege ich mir noch. Wir gehen jetzt mal schlafen. Auto auswählen. Und los geht's. Aber es ist gut, dass du deinen Prozess machen kannst. Und los geht's. Und los geht's. Hmmmm... Jaaahm... Eigentlich ja. Das heißt, wir sollten eigentlich Gas geben. Okay, es ist keiner gestorben. Ist schon mal vorteil. Äh, Lager verlassen, ja. Ich hoffe, wir kommen da soweit zurecht mit der neuen Gruppenordnung. Also, wo ist denn die Dummy? Was ist denn? Gut, also hier... Wo geht's hier hin? Und doch... Speak up. Sorry. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe mich gegründet. Du kannst auch sein. Komm mit mir, und du kannst du alles von Ketherick selbst hören. Ah. Hm. Ähm. Oh, hier muss man. Oh, sehr gern. Ja, das sollte ausreichen. Ähm. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute? Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabelle. Schering. Drogen. Drogen! Drogen. Ah, warum? Ach. Müssen wir eigentlich immer alles eskalieren? Ähm. Ach du... Ah, Spiegelbilder, was machen wir? Göttliche Führung, Person bezaubern, Abbild beschweren. Nicht genügend Platz. Mit dem Abbild. Machen wir mal hier. Ähm... Das ist kurz in der... Ah. Scheiße, da draußen ist auch einer. Wir gehen mal hier hin zu bänden. Ähm... Was war das denn? Wie bitte? Das glaube ich jetzt nicht. Ich darf keine Rüstung tragen. Ähm... Ähm... Papierbiss... Was machen wir denn da? Blitz? Warum eigentlich im Nachteil? Oder hier draußen? Das finde ich gerade ein bisschen beschissen, dass wir... Ich kann auch mal hier hin. Ich habe dich jetzt wieder in die Leute. Aber das ist ja, ich kann auch hier hin. Ich habe einen Anfänger zu machen. Das ist ja hier. Okay, dann würde ich mir sagen, gehen wir mal auf Rage-Modus. Vorbereiten, ob ich das 6 Meter unterwegs habe, um bis zu sich 3 Hiebschaden. Okay, nice. Sehr gut. Mehr kann ich nicht machen. Fuck. Ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, Spiegelbilder wäre eine akkurschlechte Aktion. Das hat die Zwirbelt. Mhm. Autsch. Alter, der eilt sich. Der macht mich fertig. Das gibt es ja nicht. Ähm. Zähnungs-Träume. Ähm. 16%. Elf und kann ich... Oh, ich kann. Aber er greift mich an. Lass ich bezauern? Nee, geht auch nicht. Bringt es hin, dass... Noch euch zwei hier irgendwie... Ach nee, er kriegt mich dann auch da wieder. Das ist doch alles kackig. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Können wir helfen? Okay, können wir auch da mal schnell was machen. Warum ist der Kampf jetzt eigentlich abgebrochen? Was ist hier los? Ja, wie werden wir mit heilen? Ja, zweimal heilen auf dich selber. Was ist denn? Wieso kämpft denn hier keiner mehr? Ähm. Muss ich das verstehen? Warum sind die da im Kampf drin? Aber wir nicht. Hä, jetzt sind wir wieder drin. Hä? Was soll die? Ähm. Ähm. Gut, nachdem wir jetzt alle wieder hier draußen stehen. Gut, referenierte Aktion, Rückzug. Gehen wir hier rein. Bis erste. Was machen wir hier schönes? Ja, lenken die Geschosse. Okay. Einer down. Faust, Markus. Scheiße, den werden wir nicht... Ich weiß nicht, wenn wir den tot kriegen werden. Fuck yes. Hm, 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 hm. Ja, das hat gezwirbelt. Er ist zingendes Niederstrecken. Oh, Platz, Zauberpunkt erzeugen. Stufe 3, danke. Ah, das war's, Fehler. Ach, das wär Zauber... Ah, ich hätt'n Zauberplatz. Ah, ich verwechsel das jedes Mal. Ich kann sonst nix machen, ne? Außer, dass ich da mal ein bisschen weggehe. Können wir dir eigentlich irgendwie helfen? Nee. Okay. Dieser scheiß Schrei, ne? 4. 4. 5. 6. 5. 6. 7. Ja, wollen sie vielleicht mal nach oben kommen? Oh. Was bist du? So, wir können ja nirgenden Person bezaubern. Wir sagen, damit er dich nicht angrifft. Nee. Ist doch alle Kacke. Komm, man. Oh Gott, das hat gezirbelt. Wir können da aber nix machen. Warte mal, wir können da mal eine Bromusaktion mal heilen. Hm, 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 hm. Er ist beinahe down. So, ähm, hm, 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 hm. Hm. Scheiße, fehlgeschlagen. Hm, 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 hm. Machen wir ganz kurz. Umgegen einfaches Gift. Das wär das. Magische Geschosse. Stufe 12. Alles auf ihn da drauf. Na, das ist jetzt nicht wahr. 10 Punkte hat er noch. Äh, Zauberpunkt. Stufe 2. Zauberplatz wäre eigentlich auch noch nicht schlecht gewesen. Okay, Kollegen, macht's immer weiter. Er macht wieder den Papierschreiber. Ah, geil! Warte, hier kriegst du schon hin da unten, oder? Ja, einmal voll gegen die Watt. Nice. Ähm... Ja, jetzt schauen wir mal. Hier sind wir mal alles mit. Okay, was haben wir hier? Wir tun mal alles... Oh, scheiße, wir sind überladen. Ja, geil. Sag mal, kann man dir nicht irgendwie helfen? Kann ich mit dir quatschen? Hallo? Wenn jetzt halt die Leichen nicht da wären... Ich kann sie nicht haben. Oh, ist sie tot? Oh, ist sie tot? Nein, sie hat einen Lebensmittel... ...bewusstlos dauerhaft. Ich kann sie ja wohl looten. Warum ist sie dauerhaft? Ja... Ich kann sie ja wohl looten. Warum ist sie dauerhaft? Dann müssen wir mal nach unten gehen. Ah, beziehungsweise... Ich glaub, ich werd hier mal kurz... ...sachen umverteilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geil war, was hier passiert ist. Ähm... Da, nehmen wir mal... ... bisschen Werkzeug hier. So, in einer sehr seltenen Kleidung... ...und der Tee für Magieres verfügt. Wie wirklich... Hm... Ausrüsten. Mittel, Mittel... Was hast du? Leichte Rüstung. Machen wir das mal so. So... Gehen wir mal hier. Wenn der Träger blind gelähmt oder vergiftet wird... ...wirkt er automatisch schwache Genesung auf sich selbst. Ah... Gehen wir mal hier. Bistemeister... Ansonsten... Hm... Das klingt geil. Griefe 1 bis 10... ...mit Kriegswerfen würde griefen. Passt erstmal. Wir sind aber immer noch... ... bisschen schwer dran. So, bisschen umverteilen hier. Ja... Okay... Das wär's dann erstmal. Hast du da was... ...zu sagen dazu? Oder sind die ne... ... im Kampf? Irgendwas ist ja komisch. Ich kann mit dir nicht reden. Wir schauen mal kurz nach draußen. Nein... Nein... ... mit mir. Sehr gut. Er wird noch nicht sprechen. Er geht einfach mit der blöden Song. Keine Ahnung auf seine Person. Seine Ahnung. von Eltan selbst. Der Mann muss sein als erstes Flaming Fist sein. Er muss etwas wissen. Noch nicht auf ihn. Ich glaube nicht, dass du einen Weg in die Towers gefunden hast. Äh, wir brechen bald drauf. Ja, stimmt die Sache. Aber ja auch noch. Ja, stimmt die Sache. Ich glaube, dass du alles, was du kannst, um den Duken zu retten. Aber wenn du keinen Weg findest, dann gehe ich nach Baldur's Gate, um zu retten. Der Künstler hat einen Pigeon mit der Nachrichten, dass die Stadt mit absoluten Angriffen hat. Der Stuhl-Watt ist stark. Ich versuche, dass Lord Gortash ein paar von ihnen zu helfen, in der Kampf gegen Moonrise. Die Kürze wird ihnen nicht schrecklich. Ich bin ein paar von ihnen. Das ist mein alter Böse. Der Mann, der mich zu Zaryl verabschiedet. Du kennst den Namen Gortash. Ein Künstler mit ein sehr starkes Influen auf die Industrie und Politik. Aber er ist kein Lord. Äh. 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 Ich bin mir jetzt halt unsicher. ob wir jetzt nicht nochmal laden sollten, weil sie da jetzt de facto tot ist. Ich meine, da war auch bewusstlos, aber ich weiß nicht. Und vor allem, dass wir auch mit der Obertroidin jetzt hier nicht mehr reden können. Ich meine, ich probiere es nochmal. Das ist jetzt gerade ein bisschen sehr merkwürdig. Ich glaube, ich darf das hier nochmal machen. Ja, nee, ich kann mit dir nicht reden. Ich glaube, es ist hier ein erster kleiner Bug. Wann das hier gestorben ist, ist es jetzt weniger Bug, aber jedenfalls sehr merkwürdig. Ich überlege mir das nochmal, ob ich das jetzt hier nochmal mache. Und zum schauen, ob das so abgelaufen ist, bis es eigentlich hätte ablaufen sollen, oder auch nicht. Ich werde entsprechend mal speichern. Da haben wir irgendwie keine Ahnung. Ja, machen wir das mal. Wir werden es dann in der nächsten Episode sehen, wie ich mich da entschieden habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, und dann bis bald in Baldur's Gate. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben, und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele, und da könnt ihr auch mit mir quatschen, und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da, und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann, euer Brabura, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.